Kennst du das? Dein Chef nervt dich mit Mikro-Management. Der verlangt ständig Berichte von dir, der ist ständig hinter dir her, du arbeitest zu wenig, zu langsam, machst die Dinge falsch. Er ist dein permanenter Korrektor. Der geht immer von oben rauf und guckt oder geht immer hinterher und verfolgt deine Arbeitsspur. Was kann man in solchen Fällen machen? Wie geht man zum einen strategisch mit der Situation um, psychologisch am besten mit der Situation um? Du weißt, ich bin kein Psychologe, aber ein bisschen ein Hobby-Psychologe doch, weil ich solche Situationen natürlich schon viele Jahre beobachte und selbst auch Chef bin und natürlich auch weiß, wie man da manchmal mit sich selbst vielleicht hadert. Aber ich gebe dir dann auch ganz konkrete rechtliche Hinweise, wie du, wenn das alles nicht hilft, also wenn du jetzt wirklich vernünftig mit dem nicht zurande kommst, wie du dann weiter mit der Situation umgehen kannst. Wenn dich solche Situationen und wie man sie am besten meistert, interessieren, abonniere gerne diesen Kanal und bleib am Ball und schreib mir deine ganz konkreten Erfahrungen unten in die Kommentare nach dem Motto, Bredereck, alles schön und gut, aber das Entscheidende nicht erklärt. Bei mir ist es nämlich so und so und dann werde ich dazu auch nochmal ein Video machen. Aber jetzt zunächst einmal nochmal ganz klar gesagt, die Situation, dein Vorgesetzter, dein Chef, der ist dir zu sehr auf der Pelle, der kontrolliert dich zu sehr. Als erstes machst du eine Ursachenforschung. Geh aus der Situation gedanklich raus, schau von oben rauf, schau deinen Chef an, schau dich an. Was läuft da falsch? Ist es vielleicht tatsächlich so, dass du in der Vergangenheit ihm Grund gegeben hast, dir zu misstrauen? Hast du da irgendwelche Fehler gemacht oder dich nicht so optimal verhalten? Vielleicht hat er sich auch nicht optimal verhalten, aber wenn du dich selbst auch nicht optimal verhalten hast, also beide sich nicht optimal verhalten haben, dann würde ich immer sagen, im Verhältnis Chef, Arbeitnehmer, geh, mach den ersten Schritt, vereinbare ein Gespräch. Bitte nicht in einer Situation, in der es ohnehin schon stressig ist, also wenn er dich gerade wieder mal angeschnauzt hat oder dir gerade mal wieder auf die Nerven geht, sondern mit Vorankündigung ganz in Ruhe bitte um ein persönliches Gespräch. In diesem Gespräch sagst du schlichtweg, wie die Situation war, gehst nochmal ein Stück zurück in die Historie, erzählst, wie du es empfunden hast und leitest dann über, was daraus entstanden ist, so sinngemäß. Ich habe vor einem halben Jahr einen Riesenfehler gemacht. Das und das ist passiert. Sie haben so und so reagiert und seitdem hat sich das und das entwickelt. Versuch erstmal die Situation nur zu beschreiben und versuche keine Schuldzuweisung zu machen und im Zweifel wende die Schuld erstmal auf dich und beschreib die Situation und was daraus entstanden ist. Und dann hast du vielleicht schon eine Reaktion des Chefs, der steigt vielleicht schon ein und sagt, ja, nee, das war doch so und so. Also versuch gemeinsam mit ihm die Situation zu klären und dann überzuleiten in die jetzige Situation und wie man das künftig klären kann. Aber jetzt solltest du nicht so rangehen, dass du sagst, ja, ich möchte im Übrigen diese Überwachung beenden oder ähnliches, sondern du solltest konstruktiv mit ihm versuchen zu vereinbaren, wie man es künftig besser gestalten kann. Feste Termine, fester Report und so weiter. Was kannst du tun, also proaktiv, was kannst du tun, um seinem Kontrollwesen entgegenzukommen? So solltest du es natürlich nicht nennen. Ja, wie kannst du dich verbessern? Das solltest du einmal so hören und wenn du sagst, das mache ich, das funktioniert, dann gehe in dieses Gespräch, ja, und in dem Gespräch ist nur wichtig, wenn das dann irgendwie kippt oder so, halte dich zurück, höre dann mehr zu, als du sagst und wenn er dir gleich die Gelegenheit nutzt und dir einen Aufmerkungsvertrag vorlegt oder eine Kündigung, dann schau dir die Videos hier dazu an, dann musst du professionell reagieren. Vielleicht war es das schon. Wenn du jetzt aber sagst, Brederik, das ist doch alles totaler Quatsch, ich gehe doch nicht in so einen Arbeitsrechtskanal, um mir so ein allgemeines Gesülze anzuhören, ich habe da eine viel schlimmere Situation, mein Chef ist ein Psychopathen, Narzisst, dazu habe ich auch Videos gemacht, schau dir die an nochmal, ja, wie man mit solchen Leuten umgeht. Jedenfalls ein Kontrollfreak, da war das schon immer, das hilft nicht, das habe ich schon x-mal versucht, hilft nicht. Wenn du das wirklich sagen kannst und es auch schon mal probiert hast, ich würde immer empfehlen, das nochmal zu probieren, aber wenn du sagst, das habe ich alles, dann ist die Frage, wie kommt man dem arbeitsrechtlich bei? Ja, da tatsächlich durch einen quasi Dienst nach Vorschrift. Du machst deine Arbeit so, dass du nicht angreifbar bist, du machst alles das, was er von dir will, er hat das Weisungsrecht, ja, er darf dich natürlich nicht schikanieren, aber wann ist das schon Schikane, wie willst du das vor Gericht beweisen, wissen wir alles nicht. Im Zweifel machst du das und dokumentierst das für dich, wie so eine Art Mobbing-Protokoll, auch dazu gibt es Videos, wie du so ein Protokoll führst. Schreibst das mal eine Weile auf. Und dann gibt es zwei verschiedene Varianten. Das eine ist, du bist dadurch überlastet, du schaffst deine eigentliche Arbeit nicht mehr, dann machst du eine Überlastungsanzeige. Wie du die machst, habe ich hier auch erklärt, über die Kanalsuche such dir das Video. Du machst eine Überlastungsanzeige und im Rahmen dieser Überlastungsanzeige machst du dann auch Ausführungen zu deiner Dokumentation, aber bitte nicht, also mach sie so neutral wie möglich, einfach faktisch. Im Übrigen bin ich so und so viele Stunden am Tag mit Dokumentation XY beschäftigt und so weiter, ja. Also die Anzeige muss trotzdem neutral sein, dass man dir dann daraus nicht noch einen Strick drehen kann, ja. Wenn du feststellst, naja, ich bin ja nicht überlastet, ich schaffe das in meiner Arbeitszeit, dann sieh es einfach als deine Arbeitszeit an. Mach gegebenenfalls nach oben nochmal eine Meldung, wenn du sagst, naja, der Chef, der fliegt eh bald, ja, dass du später sagen kannst, ich habe das ja gemeldet, dann schreib das deinem Chef auf und sag ihm, so und so ist die Situation, du empfiehlst dich da und davon zu entlasten, weil das sinnlos ist, aber viel mehr kannst du in der Situation nicht machen. Gibt es im Unternehmen einen Betriebsrat, kannst du den noch, wenn es nicht ein Arbeitgeberbetriebsrat ist oder der nicht hinter deinem Chef steht, ja, kannst du den natürlich noch versuchen zu involvieren, aber in der Regel viel mehr ist dann nicht möglich. Ruhig weiterarbeiten, solche Chefs sind irgendwann von selbst wieder weg. Wenn du sagst, ich habe darauf keine Lust mehr, dann wäre vielleicht das Thema will weg statt Eigenkündigung, dazu haben wir ja auch Videos hier, schau dir das gerne mal in den Angeboten an, wie wir das machen, dass wir halt deinen Arbeitsplatz, deinen Kündigungsschutz an den Arbeitgeber verkaufen, das wäre dann vielleicht eine Variante, aber wenn das auch nicht für dich in Frage kommt, du also dort bleiben willst, auf jeden Fall in dem Job, dann muss ich sagen, gibt es wenig andere sinnvolle Varianten, denn alles andere wird deinen Arbeitsplatz dann doch tendenziell gefährden, insbesondere wenn du jetzt mit Mobbing sagst, das ist eigentlich eine Mobbing-Situation, ja, da wäre ich dann eher vorsichtig, da sollte erst der Entschluss stehen, ich will eigentlich weg und so viel Abfindung, so viel Kohle wie möglich, das machen wir deutschlandweit, da kannst du dich gerne melden über den Link unten in der Beschreibung und wenn du schon einen Aufhebungsvertrag oder eine Kündigung hast, dann kannst du gerne auch kostenlos und unverbindlich direkt anrufen und das mal mit uns besprechen, aber alles andere, wenn du noch nicht so weit bist, würde wahrscheinlich deinen Job dann doch gefährden und solche Gefährdungen, die sollte man gezielt machen, mit dem Ziel zum Beispiel eine Abfindung zu erzielen, aber nicht einfach so, dass man hinterher sagt, oh mein Gott, ich wollte doch gar nicht meinen Job loswerden und jetzt habe ich plötzlich die Kündigung, das wäre aus meiner Sicht etwas unüberlegt. Das wäre aus meiner Sicht eine Abfindung zu erzielen,